Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Allerdings habe ich einen sehr undankbaren Job, weil ich glaube die härteste Zeit abbekommen habe, um diese Uhrzeit euch jetzt noch irgendwie mehr Input zu geben, nach den vielen guten Input, den wir schon gehört haben. Und es gibt in unserer Gemeinde eine Tradition, wie ich die Gemeinde mobilisiere. Und zwar sage ich immer unseren Gemeindenamen und die Gemeinde muss daraufhin Feuer schreien. Und das werden wir jetzt hier mal miteinander ausprobieren. ICF Academy, Feuer! ICF Academy, Feuer! Ja, das funktioniert schon ziemlich gut. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich finde es so wichtig, dass wir uns diesem Thema der Dekonstruktion stellen. Ich habe mein Thema überschrieben mit zersetzende Zweifel überwinden. Und bevor wir in die Bibel schauen, möchte ich gerne erzählen, wie ich in die Berührung gekommen bin mit diesem Thema. Etwas unfreiwillig, aber dennoch wurde es zu einem wichtigen Teil in meinem Leben oder zu einem sehr prägenden Teil in meinem Leben. Als Gott mich zum Pastorendienst berufen hat, hat er das damals durch ein mächtiges, prophetisches Wort getan. Es war unmissverständlich, dass Gott ruft und dass ich alles investieren soll in den Pastorendienst. Und ich war auch bereit dazu und selbst wenn ich taub gewesen wäre, so unmissverständlich war diese Berufung. Selbst wenn ich taub gewesen wäre, ich hätte gehört. Ich bin gemeint. Der Bruder, der mir diese Prophetie weitergegeben hatte, hat dann innerhalb dieser Prophetie etwas Kryptisches weitergegeben. Und zwar hat er innerhalb dieser Prophetie gesagt, dass ich durch eine Zeit der Wüste gehen werde. Ich konnte das aber irgendwie nicht greifen. Ich wusste nur, Hauptsache ich weiß, dass ich Pastor werden soll. Der Rest ist mir ziemlich egal. Komme, was wolle. Dann kam, was kommen musste. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Fünf Jahre lang habe ich Theologie studiert und dann komme ich an den Studienort an, an meine Ausbildungsstätte ins erste Semester. Und ich lerne dort so eine ganz kleine Gruppe von Theologiestudenten kennen, die schon ein Jahr lang dort sind. Und die wollen wissen, was hat dich hierher verschlagen? Warum bist du hier? Warum studierst du Theologie? Ich habe ihnen dann meine Geschichte erzählt und habe ihnen dann auch dieses Element weitergegeben, dass dieser Prophet sagte, ich soll durch eine Zeit der Wüste gehen. Auf einmal fangen die an, miteinander zu tuscheln und irgendwas sich auszutauschen. Und ich bekomme das aber nicht mit. Ja, es ist nicht so cool, wenn du über etwas redest, was der andere dann irgendwie dich mitbekommt, obwohl du gerade der Gesprächspartner bist. Dann frage ich, habe ich irgendwas falsch gesagt? Was ist gerade los? Und dann erzählten sie mir, als wir hierher gekommen sind, haben wir folgendes Phänomen erlebt. Wir haben uns als kleine Gruppe zusammengetan. Bevor das Semester noch begangen, haben wir miteinander gebetet und haben miteinander Bibel gelesen, so wie richtige Theologiestudenten das auch machen müssen in der privaten Zeit. Und dann eines Morgens, wir haben uns immer früh am Morgen getroffen, kam einer von diesen Studenten in das Zimmer rein und hat gesagt, ich habe gerade etwas geträumt und ich kann das überhaupt nicht einordnen, was ich da geträumt habe. Und dann erzählte er, dass er sein Semester in der Wüste gesehen hat. Und ein ganz spezifischer Dozent des Theologischen Seminars stand vor diesem Semester in der Wüste verkleidet als Wüstenguide, vielleicht kennt ihr das so aus Filmen, als Wüstenguide stand er mit diesem Semester in der Wüste und der Bruder erzählte, in diesem Traum folgte das ganze Semester diesem Dozenten. Und der Traum endete damit, dass dieser Wüstenguide das ganze Semester in den Abgrund geführt hat und alle gestorben sind. So, ich war dann auf einmal nicht mehr so euphorisch, ich soll durch die Wüste gehen. Sie haben mir gesagt, das, was dir Gott offenbart hat, hat Gott uns gezeigt. Und nach diesem Traum, nach dem Erzählen und nach dem Beten ist diese Gruppe dann in den Unterricht gegangen, die allererste Vorlesung mit dem besagten Dozenten. Dieser Dozent kommt rein und sagt, er stellt sich vor, sagt seinen Namen und sagt, ich bin für dieses Semester euer Wüstenguide, der euch durch diese theologische Disziplin leiten und führen wird. Die Jungs waren so versteinert, die wussten nicht, wie ihnen geschieht. Weil sie haben einfach gedacht, ich bin hier an einem Ort, wo ich zugerüstet werde, wo ich gestärkt werde, wo ich aufgebaut werde und nicht mit weniger Leben rausgehe, sondern mit mehr Leben rausgehe und das pushen kann in den Gemeinden, so wie ihr das hier erhofft, wenn ihr hierher kommt, dass ihr in eurem Glauben gestärkt und gegründet seid und auf einmal werden sie mit dieser knallharten Wahrheit konfrontiert. Hier ist Wüstenzeit und Achtung, hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Hier gibt es große Gefahren und wenn man sich auf diese Gefahren zu sehr einlässt, dann wird man unter die Räder kommen. Und tatsächlich hat man dann auch im Verlauf des Studiums gesehen und ich habe es selber erlebt, wie Menschen ihren Glauben quasi an den Nagel gehängt haben, haben gesagt, dieses Buch werde ich nicht mehr lesen, weil ich das nicht mehr glauben kann, weil systematisch über fünf Jahre lang dein Glaube dekonstruiert wurde, aber nicht wieder richtig rekonstruiert wurde. Und Menschen den Glauben an das, was wir in der Schrift lesen, verloren haben und all das, was heute Simon und Markus heute so wunderbar auch ausgeführt haben. Warum bringe ich dieses Beispiel, warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch sagen, das Thema, was wir behandeln, ist lebensnotwendig. Es geht um Leben und Tod. Es geht hier nicht um ein paar wissenschaftliche Disziplinen, die einfach nur unseren Intellekt befriedigen müssen. Ist richtig, wir brauchen auch diese ganze intellektuelle und akademische Aufarbeitung des Themas und das ist auch hochgradig wichtig. Und ich bin dankbar für Simon und Markus, die das machen, viel besser als ich. Aber es geht nicht einfach nur um unseren Intellekt, sondern es geht hier wirklich um alles oder nichts. Es geht um unseren Glauben, ob wir mit unserem Gott verbunden sind, ob wir in einer Vertrauensbeziehung mit ihm sind und ob wir am Ziel ankommen oder ob wir durch diese Wüste gehen und am Ende dann verelenden. Und ich möchte gerne mit euch einige Gedanken bewegen, welchen Weg Jesus einmal wählte, um so einen zersetzenden Zweifel, so wie ich es hier benannt habe, zu überwinden, um Glauben wieder auf festen Boden zu stellen. Und dazu werden wir uns mit Johannes dem Täufer auseinandersetzen. Johannes der Täufer ist eigentlich eine Person, der würde ganz gut hier reinpassen. Das ist so quasi so ein Vorläufer des ICFs, könnte man sagen, wenn man jetzt mal seinen Klamottenstil mal rausnimmt, weil Kleidung aus Kamelhaaren kommt, glaube ich, in der ICF nicht so gut. Aber Johannes der Täufer ist der Inbegriff einer Person, eines gläubigen Menschen, der dafür bekannt ist, dass er eine Aversion hat gegen toter Religion und lebloser Tradition. Das war ihm alles zuwider. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 1 bis 2. Das war sozusagen seine Hauptbotschaft, die er gebracht hat. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dafür, für diese Botschaft war Johannes der Täufer bekannt. Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich weiß nicht, ganz genau, wofür ich bekannt bin, aber Johannes war für diese Botschaft bekannt. Ich weiß nicht, ob die allermeisten Pastoren für so eine Botschaft bekannt sein wollen, aber daran merken wir, dass Johannes ein ganz knallharter Typ war. Der hat die Dinge richtig krass gedroppt. Der wollte, dass die Erde bebt, wenn er predigt und dass Leute wachgerüttelt werden. Seine Botschaft war wie ein Hammer, der die Leute getroffen hat. Und Johannes, so sehen wir das in Matthäus 3, wenn wir das Evangelium lesen, sehen, dass Johannes eine sehr spezifische Rolle hatte. Er hatte die Rolle, den Messias anzukündigen. Im Prinzip den roten Teppich ihm auszulegen, dass der Messias auf vorbereiteten Boden gehen kann und er quasi angekündigt wird und die Szene dann betritt. Das war der Job von Johannes. Er erinnerte seine Landsleute daran, es gibt Verheißungen. Es gibt Versprechungen hier in der Schrift im alten Bund und wir sind die Generation, die erleben darf, wie das Alte, was vorgesagt wurde, vorhergesagt wurde, sich jetzt erfüllt. Wir sind diese Generation und ich habe diese Rolle, diesen roten Teppich auszurollen und euch daran zu erinnern, dass Jesus im Begriff ist zu kommen. Der Messias, der Retter der Welt, der König, der Könige kommt. Das Reich Gottes ist im Begriff durchzubrechen. Und diese deutlichen Worte, die Johannes damals gefunden hat, mit diesen Worten zum Beispiel, die Predigt war sicherlich länger als dieser eine Satz, aber eine schöne Zusammenfassung, worum es ihm ging. Diese Worte haben nicht jedem geschmeckt. Für seine kompromisslose Botschaft wurde Johannes inhaftiert. Ich weiß nicht, wer hier in dem Raum ist und bereit ist für das, was wir glauben, ins Gefängnis zu gehen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt hier die Polizei reingehen würde und würde sagen, ab heute geht das hier so nicht mehr und wer hier bleibt, wer weiter den Namen Jesus erhebt, wird eingebuchtet. Wie viele wären wir dann? Aber Johannes war ein Typ, der war beseelt von dieser Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit ist, dass Jesus das Versprechen erfüllen wird und dass wir unbedingt diesen Jesus brauchen und wir alles dransetzen müssen, diesen Jesus nicht zu verpassen. Und er hat alles investiert für diese eine Botschaft. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat nicht darauf geachtet, ist es politisch korrekt, was ich sage? Stoße ich jemanden mit dem, was ich sage? Kriege ich danach auf Instagram einen Shitstorm, wenn ich das sage? Das war Johannes dem Täufer alles egal, denn es ging um Jesus und um Jesus allein. Davon war dieser Mann ergriffen bis ins Mark und der Preis dafür war das Gefängnis. Was für ein Held. Was für ein großartiger Mann. Und eigentlich könnte uns lieb sein, wenn diese Geschichte auch so endet. Aber die Bibel ist zu realistisch für uns Weichspielchristen. In der Bibel gibt es noch so manche Szenen, wo er auftaucht, aber nicht mehr als der unerschrockene Held. Nicht mehr derjenige, wo man sagt, boah, das könnte ich niemals und lass uns zu Füßen legen vor so einem Zeugnis, so eine Macht, so eine Gewalt, so eine Autorität, so eine Überzeugtheit. Von dem können wir was lernen. Das nächste Mal, als er die Bühne betritt, geht es ihm auf einmal ganz anders. In Matthäus 11 taucht er das nächste Mal auf und wir lesen in den Versen 2 bis 3 folgendes. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm, also Jesus, sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Was war passiert? Johannes bekommt mit, dass Jesus sehr gewichtige Dinge tut. Es heißt hier, dass er von den Werken des Christus hörte. Das könnt ihr hier nachlesen. Er hörte von den Werken des Christus. Das bedeutet, er hörte nicht nur, was Jesus getan hat. Er hat gehört, dass dieser Jesus die Dinge tut, die der Christus tut. Der der Retter der Welt alleine tun kann. Er hört, dass Jesus die Dinge tut, die im Alten Testament versprochen wurden und sich jetzt erfüllen in Jesus. Alles, was im Alten Testament versprochen wurde, wird jetzt plötzlich von Jesus realisiert. Können wir uns erinnern? Dieser Johannes war für dieses eine Bekenntnis bekannt. Jesus ist Christus. Jesus ist das Lamm Gottes. Er soll zunehmen. Ich soll abnehmen. Jesus ist der Christus. Das ist sein Bekenntnis. Und seine Umgebung erzählt ihm jetzt, dass Jesus das tut, was allein der Christus tun kann, weil er hört von den Werken des Christus. Und die Frage von diesem Johannes ist jetzt nicht, dass er in die Hände klatscht und sich megamäßig freut, dass sein Bekenntnis das wahre Bekenntnis ist. Das nächste, was wir aus seinem Mund hören, ist eine Frage, ob Jesus auch wirklich der Christus ist. Also wenn du die Storyline aus dem Matthäus der Evangelium einfach mal so durchblätterst und durchliest, wirst du merken, hier ist irgendwie ein Bruch. Das funktioniert nicht. Das passt nicht. Dieser Johannes muss doch ganz anders reagieren, wenn er jetzt endlich realisiert sieht, was er angekündigt hat. Er hatte von Dingen Kenntnis und Ahnung, die niemand hatte. Er war das auserwählte Werkzeug, um genau in dieser Szene aufzutreten und er durfte den roten Teppich ausrollen. Und auf einmal wird auf diesen roten Teppich gelaufen und es wird genau das getan, was er in Aussicht gestellt hat. Und am Ende bewegt Johannes nur diese eine Frage. Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Mein Glas macht hier gleich einen Abgang. Und beachtet, diese Frage wird hier nicht von einem Pharisäer gestellt. Jesus hat ja auch viele Feinde gehabt, die ihn immer wieder in Frage gestellt haben und seine Identität hinterfragt haben. Sie nicht vervollnehmen konnten, wer Jesus sein will oder was er beansprucht zu sein und ihn immer zu jeder Möglichkeit versucht haben, irgendwie ans Messer zu liefern. Wir reden hier von Johannes. Wenn es eine Person gibt im Matthäus-Evangelium, die diese Frage nicht stellen darf, ob Jesus wirklich der Christus ist, dann ist es Johannes der Täufer. Alle können sie stellen. Bei allen würden wir sagen, ja, wir haben Verständnis. Ja, wir verstehen. Ja, ist irgendwie nachvollziehbar. Wenn es eine Figur gibt im Matthäus-Evangelium, die diese Frage nicht stellen darf, dann ist es Johannes der Täufer. Das Blöde ist, es ist genau diese Person, die diese Frage stellt. Johannes war für diese eine Botschaft bekannt. Jesus ist Christus. Und nun stolpert dieser Mann über seine einzige Botschaft, die er hat. Er hat nur dieses eine Bekenntnis. Das ganze Land weiß genau diese eine Sache von ihm. Und genau an dieser einzigen Sache fällt dieser Mann und steht nicht mehr wie ein Bollwerk da, nicht mehr so robust, nicht mehr so solide, als wenn ihn nichts anderes irgendwie erschüttern würde, sondern genau an diesem Punkt kommt dieser Mann zu Fall. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Johannes hat ja Dinge nicht nur einfach, nur für möglich gehalten, sondern wir reden ja von dem Johannes, der live dabei war und dieser Johannes durfte Jesus taufen. Wer hat schon mal hier in diesem Raum einen Menschen getauft? Also ihr wisst, Jünger machen Jünger. Und Jünger machen bedeutet auch taufen. Ich hoffe, dass viele in den Genuss kommen, selber zu taufen und das nicht nur ihren Pastoren überlassen. Das sind ganz besondere Momente, bei der Taufe jemanden zu begleiten und ihn in diesem Jüngerschaftsprozess mitzutragen. Und Johannes durfte Jesus taufen. Was geht ab eigentlich? Johannes war ja nicht so ganz einverstanden damit, aber dennoch durfte er diesen heiligen Akt tun und er tauft diesen Jesus. Und was passiert dann? Die ganze Dreieinigkeit manifestiert sich in dieser Taufe, dass er den Sohn Gottes sieht, den er gerade ins Wasser getunkt hat und plitschnass ist. Und dann hört er die Stimme des Vaters aus dem Himmel und dann sieht er den Geist Gottes, wie eine Taube auf Jesus herabkommen. Also die ganze Gewalt der Dreieinigkeit ist präsent. Johannes hat das alles gesehen und erlebt. Nicht nur für möglich gehalten. Er hat das alles mit durchlebt. Und jetzt diese dämliche Frage. Ja, wer soll das denn schon sein? Es gibt niemanden, der so ist wie Jesus und das bezeugt übrigens auch nicht biblische Quellen aus der Zeit, die sagen, Jesus war eine Ausnahmefigur. Diese Person stellt alles auf den Kopf. Wer soll Jesus denn schon sein, wenn nicht der Christus, der Messias, der Retter der Welt? Und hier lernen wir eine erste Lektion, die für uns wichtig ist. Zweifel können alle treffen. Es leuchtete schon durch, auch durch die vorherigen Vorträge. Zweifel können alle treffen. Und deswegen mag ich die Bibel so. Leute, die meine Predigten hören, hören das öfter. Sie ist so ehrlich. Wenn ich die Bibel schreiben würde und eine Religion etablieren würde, dann würde ich nicht so über meine besten Leute schreiben. Ganz ehrlich, ja, hier sind ja auch Leitertypen. Wenn Pastoren zusammen sind. Und wie geht es in deiner Gemeinde? Ja, also wir wachsen. Wir sind deine Klickzeilen. Oh, das wächst gewaltig. Wir haben so großes Potenzial und wir tragen dann voreinander her, wie toll wir sind. So versuchen wir irgendwie Eindruck zu schütteln und zu sagen, das, was ich tue, hat Relevanz. Ist irgendwie wichtig. Und wenn Gott seine Geschichte schreibt, dann zeigt er das, was Pastoren eigentlich verschweigen. Welche Krise es gibt. Welche Kämpfe. Welche Frustrationen. Aber das interessiert Gott nicht, was wir dann darüber denken, sondern er möchte den realen, ungeschönten Blick. Und er zeigt uns im Matthäusevangelium, jeden, jeden können Zweifel einholen. Und beachte, Johannes zweifelt nicht das an, was er über Jesus hört. Er sagt nicht, na, das stimmt doch bestimmt nicht. Anscheinend ist die Evidenz so hoch, dass er sagt, okay, irgendwie sind alle davon überzeugt, dass Jesus diese Dinge tut. Ich bin vielleicht jetzt nicht der unmittelbare Augenzeuge, aber hey, ich habe genug erlebt. Und die sagen mir das alles. Er zweifelt nicht an, was er hört. Johannes ist nicht kritisch über die Augenzeugenberichte. Er hört zwar die Werke des Christus, aber er hinterfragt, ob Jesus wirklich der Christus ist. Warum tut er das? Ich glaube, der Auslöser seiner zweifelnden Frage ist am Anfang von Vers 2 zu finden. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. Ich glaube, hier ist der Knackpunkt der Krise von Johannes. Warum er an Jesus verzweifelt. Er hört sie im Gefängnis. Johannes hört die Werke von Jesus an einem Ort, wo er nicht sein will, wo er aus seiner Sicht auch nicht sein sollte, wo kein Licht ist, wo keine Hoffnung ist. Wir reden ja nicht von deutschen Gefängnissen. Deutsche Gefängnisse sind ja, war schon mal jemand im Gefängnis? Ja, okay, so, schau es doch aus. Nein, Spaß. Also ich war auch mal als Seelsorger im Gefängnis so über vier Jahre lang. Hey, das ist ein gutes Leben. Du hast einen Fernseher, du hast eine Playstation, aber nur Playstation 1, weil die anderen haben Internetzugang, deswegen dürfen die die nicht haben. Also ich möchte es jetzt nicht glorifizieren, ja, aber wir reden ja von in einem Gefängnis, was nicht so sexy ist. Damals. Und dort hört Johannes die Werke des Christus. Und das ist so, er hört das, was Jesus tut, wozu er imstande ist, was er alles macht und er hört den ganzen Segen, der da passiert, von den Werken des Christus, was er allein tun kann. Und er tut es auch, aber dieser ganze Segen fährt an mir vorbei. Ihr erzählt mir alles, boah, weißt du, was Jesus gesagt hat und du sitzt da und denkst so, echt jetzt? Und ich? Was ist mit mir? In der Dekonstruktionsdebatte, Leute, die da reinschnittern, kommen auch oft an diesem Punkt. Ich höre eure Erfahrungen, ich höre das, wie wunderbar der Herr ist, aber irgendwie geht das an mir vorbei. Ich bin da irgendwie nicht mit drin im Spiel. Irgendwie wurde ich herausgenommen aus dieser Rechnung. Denn hatte Jesus nicht selber Jesaja 61 Vers 1 über sich selber ausgesagt und damit auch erklärt, zu welchen Werken er imstande ist? In Jesaja 61 Vers 1 lesen wir, der Geist des Herrn, Jahwe, ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das ist das, was Jesus auf sich bezieht. Der Messias, der in Jesaja 61 vorausgesagt wurde, bin ich und ich tue diese Dinge. Und Johannes weiß um diese ganzen Verheißungen und er sagt, ich kriege das nicht zusammen. Hallo Jesus, wenn du ein Gefängnis brauchst oder einen Gefangenen rausnehmen kannst, hier wäre einer. Das wäre jetzt der perfekte Moment, um das zu tun, was du tun kannst. Johannes hatte eine ganz bestimmte Erwartungshaltung, wie sich diese Dinge zeigen müssen, wie diese Dinge sichtbar werden sollen. Und seine Erwartungshaltung war, das, wovon ich ausgehe, soll jetzt passieren, soll jetzt Realität werden. Ich sitze in mein Gefängnis, ich höre die Werke des Christus wohl. Aber das, wonach ich Ausschau halte, passiert jetzt nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn wir das Neue Testament lesen, haben viele Juden damals erwartet, dass der Messias auf politische und militärische Weise sein Reich anbrechen lässt. Dass da richtig Rambazamba gemacht wird und dass Jesus als König dasteht und alle feindlichen Mächte aus dem Land austreibt und zeigt, wer hier das Sagen hat. Dass er im Prinzip der Präsident ist seines Volkes. Und deswegen lesen wir auch in Johannes 6, Vers 15 zum Beispiel, dass einmal eine Situation da war, wo ein Mob Jesus, das heißt, zum König machen wollte. Solche Dynamiken waren da. Das waren die Vorstellungen. Du denkst natürlich, ja, wer kommt denn schon auf so eine Idee? Aber wenn du das Alte Testament liest, dann kannst du auf den Trichter kommen, dass es sich auch so verhalten wird. Denn die Allerwenigsten haben gedacht, dass wenn der Messias kommt, dass er kommt, um zu gehen, um dann wiederzukommen. Das war nicht abgemacht, Jesus. Deswegen ist ja das Ding, als Jesus auch, wir schweifen ein bisschen ab, aber wenn er in Apostelgeschichte 1 den Instruktionen gibt über das Reich Gottes und kurz vor seiner Himmelfahrt steht, hören sie das alles, was er über das Reich Gottes zu erzählen hat und ihre Rolle darin. Sagen sie, Jesus, mal das beiseite. Wann richtest du jetzt dein Reich wieder auf? Wann geht es denn jetzt endlich richtig los? Die Jünger waren bis zum letzten Atemzug von Jesus auf dieser Erde, von der Idee ergriffen, das wird doch jetzt irgendwann mal durchstarten jetzt, das mit diesem politischen Herrschaftssystem, oder? Kein Schwein hat darüber gedacht, dass wir nach 2000 Jahren in der ICL Villingen sitzen und miteinander philosophieren über Dekonstruktionismus. Niemand hatte das auf dem Schirm. Und Johannes war auch ein Kind seiner Zeit, hatte auch Vorstellungen, hatte auch gewisse Erwartungen, gewisse Herangehensweisen, wie er mit diesen Dingen klarkommen sollte und er hat sich gesehen, er hat seine Not gesehen und er hat gesehen, dass das, was er sich gerade so sehr wünscht, irgendwie von Gott nicht erfüllt wird, in der Weise, wie er es gerne hätte. Naja, und wenn wir sogar noch weitergehen, die Story endet ja nicht wirklich prickelnd. Das nächste Mal, wenn wir von Johannes lesen, dann ist ein Kopf kürzer. Hey, hier geht es wirklich um krasse Sachen. Das ist nicht so, ach, irgendwie hätte ich so ein bisschen so gerne und der Jesus sollte mal lieber so. Boah, bei dem ging es um alles oder nichts. Und seine ganze Hoffnung ist flöten gegangen. Und er wusste, für das, wofür ich hier eingebunkert bin, für diese kompromisslose Botschaft, hey, das wird mir Kopf und Kragen kosten, ich riskiere alles. Jesus, wo bist du? Soll da noch ein anderer kommen oder was? Hey, das ist eine Art und Weise der Fragestellung, wo ich denken würde, wenn ich Jesus wäre, bist du dir eben klar, mit wem du gerade sprichst? Craig Blomberg schreibt, verständlicherweise sind viele Christen durch die Zweifel des Johannes in Verlegenheit gebracht worden und haben versucht, sie herunterzuspielen. Kennt ihr das, wenn so richtig Real Talk gesprochen wird in der Bibel und so, naja, das ist nicht so gemeint, sondern das bedeutet eigentlich was ganz anderes. Nein, die Dinge sind so gemeint, wie sie auch gesagt sind. Und sie sind so gesagt, wie sie gemeint sind. Aber wir sollten erkennen, dass offener und fragender Zweifel von der frühen Kirche sehr ernst genommen wurde. Und dass wenn der Glaube nicht einfach die Zustimmung zu einer Aussage ist, sondern ein Leben mit Gott, dann kann er nur leben, indem er zunimmt und abnimmt in Erfahrungen, die ihn stärken oder gefährden. Also unser Glauben, das brauche ich hier niemandem erzählen, ist nicht, steig ein ins Team Jesus und dann sitzt du da auf dem Boot und es geht immer so ganz smooth über die See und immer bergauf, alles wird gut und erfolgreich und Prosperity überall. Sondern da gibt es harte Phasen. Da wird die Beziehung auf die Probe gestellt. Und Johannes stellt nicht irgendwas in Frage. Seine Dekonstruktion erreicht den Punkt, dass er Jesus komplett als Person verneint. Das ist nicht irgendwie ein Detail von dem, was Jesus getan hat, sondern Jesus als Gesamtheit wird hier gerade in Frage gestellt. Ja, Johannes hatte Glaubenserfahrungen gemacht, die, wie wir es auch in diesem Zitat lesen können, ihn gestärkt haben. So die Taufe war bestimmt eine ultimativ stärkende Erfahrung. So, ist richtig. Aber nun gefährden seine Erfahrungen seinen Glauben und stellen eine Bedrohung für sein Vertrauen in Jesus dar. Und auch heute erleben wir eine krasse Infragestellung des christlichen Glaubens bis hin, ob Jesus wirklich der ist, für den er sich hält. Und das passiert in den eigenen Kreisen, in den eigenen Reihen, wie es wunderbar von Markus auch dargelegt wurde. Was wir jetzt unter Dekonstruktionismus behandeln. Plötzlich kriegt man die Dinge nicht mehr zusammen, die vorher irgendwie Sinn ergeben haben, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Das ist unsere zweite Lektion, die wir daraus lernen. Enttäuschungen gefährden den Glauben. Egal, was du für eine Nummer bist und egal, welche glorreichen Erfahrungen du schon hast. Eine neue Erfahrung bringt eine neue Situation. Und du kannst nicht einfach sagen, naja, ich habe so viel, hört man ja mal, ich habe schon so viel mit Gott erlebt, ich werde gar nicht an den Punkt kommen können, wo ich ihn anzweifeln werde. Wirklich. Wirklich. Du läufst nicht auf dem Wasser, sondern sogar über dem Wasser oder was. Also die großen Vorbilder, die haben die heftigsten Erfahrungen gemacht. Ich bin nicht wie Johannes. Ich bin nicht so mutig wie er. Ich habe nicht so einen Wumms wie er. Ich habe nicht Gottes Stimme gehört. Und ich habe auch den Heiligen Geist noch nicht gesehen. Und erst recht nicht habe ich Jesus leibhaftig vor mir gehabt. Und der mit diesen krassen Erfahrungen kommt an so einem Punkt. Enttäuschungen gefährden den Glauben. Lass uns mal schauen, was Johannes tut mit seinem Zweifel. Wir haben ja heute einiges gehört und aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr fundamentale und wichtige Dinge. Wie wir mit Zweifel umgehen können und dass es auch unglaublich wichtig ist, auf der intellektuellen Ebene Menschen zu begegnen. Oh Mann, ist das eine Not. Ich bin so dankbar für diese Vorträge heute. Die sind so wichtig. Aber bei all den wichtigen intellektuellen und argumentativen Bemühungen, die wir haben, können wir eine wichtige Lektion von Johannes dem Täufer hier lernen. Und zwar, er setzt einen Hilferuf ab an Jesus. Er setzt seinen Hilferuf ab an Jesus. Habe ich das hier? Jetzt muss ich ganz zurückgehen. Als er aber im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen. Er wendet sich an Jesus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir das nicht vergessen, um aus dieser zerstörerischen Dekonstruktionsspirale herauszukommen, es ist absolut notwendig, Menschen dazu aufzufordern, sie anzuhalten, ihre zweifelnden Fragen nicht alleine nur für sich zu behandeln, sondern mit ihren Zweifeln auch zu Jesus zu gehen. Aufrichtig und ehrlich Gott zu suchen. Nicht erst dann vor Gott zu treten, wenn alles tutti ist. Wenn alles geklärt ist und ich keine Fragen habe. Wo ich sagen kann, jetzt kann ich ja wieder vor Gott treten, weil kein Zweifel da ist. Nein, geh mit dem, was dich quält. Geh genau damit vor Jesus. Wirf es ihm hin. Schrei zu ihm, wenn es nötig ist. Klage ihm dein Leid. Das ist eine Disziplin, die wir auch viel zu wenig auch kultivieren, obwohl die Psalme voll sind davon. Gott zu klagen, die Situation, das, was uns aufbringt, auch ihm hinzuwerfen, adressiere das an Jesus. Psalm 50, Vers 15. Im Kindergottesdienst hat man das vielleicht gelernt, die Notrufnummer Gottes. 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nicht rufe mich nach der Not an, wenn du alles geregelt hast, sondern wenn du da noch mittendrin steckst, schmeiß mir das entgegen. Ruf mich an da drinnen. Dieser Jesusfokus bei Menschen, die in der Dekonstruktion sind und auch noch nicht so genau wissen, sie haben, sie negieren ja in der Regel nicht, dass es Gott gibt. Wir müssen sie aber unbedingt dazu anhalten, hänge dich an diesen Gott und schrei zu ihm. Denn Menschen, die betroffen sind, ich habe dasselbe von Betroffenen gehört. Die haben gesagt, was abnimmt bei dieser Dekonstruktionsspirale, was abnimmt, ist auf einmal Bibel lesen und beten. Man hört damit auf. Man verlässt die Quelle, von der auch Hoffnung zu erwarten ist. Und wenn du mit so einer Person zu tun hast, noch nicht alle Fragen beantworten kannst, bewegt diese Person immer wieder, den Blick hinzurichten zu Gott. Mit diesen Fragen. Gott hält es gut aus. Gott kommt gut damit klar. Wenn wir die Dinge irgendwie, wenn sie durch die Hände wie Sand rinnen. Und das liebe ich an Johannes, der ist so lost. Und trotzdem richtet er sich an Jesus, hält Fokus, obwohl er ihn gerade komplett in Frage stellt, aber er richtet seine Frage an ihn. Und das ist so wichtig, weil in der Dekonstruktionsdebatte geht es sehr stark darum, das haben wir vorhin gehört, dass der Zweifler, der Betroffen ist, bei sich bleibt und versucht, Hoffnung in sich selbst zu finden. Markus, ich danke dir für ein Zitat von Martin Benz, was du gebracht hast. Musst du mir das sofort abfotografieren und hier reinnehmen. Und zwar haben wir dort Folgendes gehört, was dieser Theologe sagt. Dass in der Dekonstruktions, beim Fortschritt des Dekonstruktionismus Folgendes wichtig ist. Und hört nochmal neu hin, wie er, was er uns vorschlägt, im Gegensatz zu dem, was Johannes gemacht hat. Martin Benz schreibt, welche Inhalte, welche Praxis und welche Überzeugungen möchte ich bewahren und mit in die Zukunft nehmen? Welche muss ich entsorgen, weil sie sich nicht bewährt haben oder in krankmachender Spannung zu meiner Lebensrealität stehen? Und welche sollte ich mir neu aneignen, damit der Glaube an Perspektive Freiheit und Möglichkeiten gewinnt? Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Bibel sagt, wenn du in krasse Zweifel kommst. Es geht nicht darum, welche Wahrheit du bei dir finden kannst. Und das hat, das hat Johannes gewusst. Ich möchte nicht irgendeine Wahrheit finden. Ich möchte auch nicht meine Wahrheit finden, sondern ich möchte die Wahrheit finden. Und wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist er auch die einzige Person, die mir diese Wahrheit sagen kann. Daniel Doriani schreibt, als Prophet legte Johannes für Jesus Zeugnis ab. Auch wenn er vorübergehend an seinem eigenen Zeugnis zweifelte, wandte er sich mit seinen Zweifeln weise an den Herrn, der ihm antwortete. Denn Jesus ist sanft zu Zweifeln, wenn wir uns mit unseren Fragen an ihn wenden. Meine Lieben, ich bin in dieses Theologiestudium hineingegangen mit einer festen Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das wusste ich, sonst wusste ich nicht viel. Und dann wurde ich da richtig traktiert mit diesen ganzen Theorien und der ganzen Dekonstruktionen. All das, was heute Markus dargelegt hat. Hätte ich das mal vorgehört. Hey meine Lieben, denkt ja nicht, dass ich irgendwie auf Wolke sieben schwebe und im dritten Himmel verklärt umher wanderte und das nicht irgendwas mit mir machte. Ich habe die Bibel gelesen und die ganzen nagenden und zweifelnden Fragen kamen, wie so ein Begleiter hier auf der Schulter. Die ganze Zeit, stimmt doch gar nicht. Ist doch gar nicht so. Ist das überhaupt historisch? Kannst du dem Glauben schenken? Hey, das war richtig hart. Das war ein richtiger Kampf. Und in dieser Zeit war mein Gebet, Herr, wenn dein Wort wahr ist, dann musst du es verteidigen. Herr, du musst mir mich selber überzeugen, dass das wirklich fundiert ist, dass es glaubwürdig ist und dass ich hier ein festes Fundament habe. Und ich bin durch diese ganzen zersetzenden Prozesse durchgegangen und heute stehe ich noch fester auf diesem Boden als zuvor. Weil Gott treu ist. Und wenn wir uns mit unseren Zweifeln an ihn wenden, wird er nicht seinen Mund halten, sondern er wird uns helfen. Und wir dürfen dann nicht am Ende uns dafür loben, was für Hechte wir sind, sondern rufe mich an in der Not. So will ich dich ja retten und du sollst mich preisen. Alle Ehre Jesus, dass er treu ist und dass er die Dinge hält, die er verspricht. Wir dürfen mit dem, hey Leute, wenn du als Theologiestudent liest und denkst du, boah, ich werde irgendwann Pastor und ich muss voll der Glaubensmann sein. Ich glaube das nicht. Ich kann das nicht mehr glauben. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist nicht lecker. Aber je ist es gut, wenn wir mit unseren Zweifeln uns an ihn wenden. Ich muss weiterkommen. Die Lektion, die wir daraus lernen, mit den Zweifeln an Jesus wenden. Mit den Zweifeln an Jesus wenden. Ich möchte Matthäus 11, Vers 4 lesen. Die Geschichte geht weiter. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Ich weiß nicht, ob es uns beim Lesen vielleicht nicht so auffällt, wenn wir das alles so in einem Rutsch lesen. Aber wenn wir mal ganz langsam lesen, da ist Johannes in seinem Gefängnis. Er hat Jünger, er hat Freunde, die mit ihm irgendwie unterwegs sind und die schickt er fußmarschmäßig hin zu Jesus. Ich bin ja der, der ihm den roten Teppich ausgelegt hat. Jetzt geht mal hin und sagt ihm mal meine Frage, was mich richtig quält. Die gehen diesen ganzen Fußmarsch zu Jesus und sagen, Johannes hat ein Problem. Und Jesus kommt noch nicht mal auf die Idee zu sagen, ich gehe da hin. Ich finde das krass. Ich finde das voll hart. Jesus selber bleibt dort, wo er ist und sagt, geht mal wieder zurück und erzählt ihm mal was. Ist doch nicht so, dass Jesus ihm irgendwie in seiner Gefängniszelle wundersam begegnete. Johannes hat auch nicht den offenen Himmel gesehen und wie Engel um ihn herum tanzen und ihm irgendwie Mut zu sprechen, sondern der Junge war da ganz allein. Und Jesus schickt die Jünger wieder zurück und sie sollen erzählen. Er schickt sie, anstatt selber zu gehen. Obwohl er persönlich hätte gehen können. Ich finde, wir sehen hier eine ganz wichtige Wahrheit. Jesus wirkt durch Wegbegleiter. Jesus ist davon überzeugt, dass die erforderliche Kraftausrüstung, die Johannes jetzt braucht, durch seine Boten gebracht wird. Jesus befähigt andere, dass sie zur Stütze werden und dass der Glaube eines Mitbruders gemäht wird durch das Zeugnis dessen, der mir gerade zur Seite steht. Durch jemanden, der Fürbitte tut, der dein Anliegen nimmt und bringt. Denn manche stecken so stark in ihrem Gefängnis, dass du feststellen willst, die sind nicht in der Lage, aus ihrem Gefängnis rauszugehen und selber ihr Anliegen zu bewegen. Die brauchen jemanden, der ihr Anliegen von A nach B trägt. Gott arbeitet durch Fürbitter, Gott arbeitet durch Wegbegleiter. Und das ist so wunderbar, dass wir da eine Rolle spielen dürfen. Das ist schon auch irgendwie überfordernd. Was soll ich denn schon tun? Aber vertrau darauf, das, was Jesus damals getan hat, das wird er wieder tun. Und er wird dich in deinem Liebesdienst, an deinen Nächsten, wird er dich gebrauchen können wie damals. Denn kurz vorher hat Jesus seiner Mannschaft gesagt, in Matthäus 10, Vers 40, nur drei, vier, fünf Verse vor unserem Text. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Boten und jetzt schickt er Boten wieder zurück. Und er ist sich gewiss, dass das, was er in die Menschen hineingelegt hat, was sie weitertragen an den Zweifeln, dass das Ziel nicht verfehlt wird. Gott arbeitet mit Wegbegleitern. Wenn Menschen in Zweifeln kommen, dann brauchen sie uns. Sie brauchen Jüngerschaft. Wir müssen sie begleiten. Wir müssen, der Simon hat das auch vorhin gesagt, wir sollen geduldig sein. Wir sollen ihnen zuhören. Es ist so essentiell. Johannes hatte solche Leute. Gott sei Dank hat er die gehabt. Jesus kann auch anders. Aber Jesus will hier so. Ich möchte dich ermutigen, wenn du im Glauben stehst und mit Zweiflern Umgang hast, dann sieh das auch als einen Dienst an, den Jesus dir gibt. Er möchte durch das, was du bringen kannst. Menschen ermutigen. Wir gehen in den nächsten Vers. Jetzt ist, wir lesen nochmal, also ich lese nochmal Vers 4 und dann Vers 5. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Doppelpunkt. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Ich finde die Antwort von Jesus wirklich strange. Johannes hat eine ganz einfache Frage. Bist du der Kommen oder müssen wir auf jemand anderen warten? Es ist nicht schwer, diese Frage zu beantworten. Aber Jesus geht nicht eine Sekunde auf die Frage von Johannes ein. Er übergeht völlig seine Frage. Nee, das beantworte ich nicht. Ihr sollt ihm diese Dinge sagen. Ja, was sagen sie ihm da eigentlich? Was erzählen sie ihm? Was verkündigen sie ihm? Sie erzählen ihm von den Werken des Christus. Jesus erzählt ihm nichts Neues. Johannes weiß das schon alles. Er hat von den Werken des Christus in Jesaja 61 gelesen. Hört, dass Jesus die Werke des Christus tut. Hat eine Frage und Jesus gibt eine Antwort. Antwortet überhaupt nicht auf die Frage, die Johannes stellt. Sondern lässt ihn das wissen, was er schon längst wusste. Ich weiß nicht, wie... Also wenn ich Johannes wäre. Und dann kriege ich Besuch im Gefängnis. Würde ich sagen, ist das jetzt ein Witz, oder? Ist okay, aber was hat Jesus noch gesagt? Der hat nichts mehr gesagt, Johannes. Johannes. Oh, ich fände das nicht so witzig. Aber es ist so, als wenn Jesus Johannes ausrichten lässt. Du hast genug gesehen. Du hast genug gehört. Mehr zu hören. Mehr zu sehen. Mehr zu wissen. Wird dein Problem nicht lösen. Du fragst dich, warum und wieso spricht Jesus kein Wort drüber. Er könnte ihm ja irgendwie erklären, warum muss jetzt Johannes ausgerechnet in dieser Zelle sitzen. Also wenn ich Johannes wäre, würde ich Jesus ausrichten lassen. Jesus, ich sag dir, wenn du mich jetzt freilässt auf wundersame Art und Weise, dann ist das schon ein mächtiges Zeugnis für dich. Ich bete auch manchmal so. Also ich bete tatsächlich manchmal so. Herr, wenn du diese Person jetzt gesund machst, dann wird es ein starkes Zeugnis für dich sein. Ich versuche Gott zu überzeugen darin, wenn er jetzt handelt. Dann hätte das doch einen mächtigen Impact. Also ich bin da ganz kindlich in der Weise, wie ich dann bete. Ich glaube, Johannes hätte auch gedacht, jetzt ist eine gute Gelegenheit, was zu machen. Aber Jesus möchte den Johannes nichts mehr wissen lassen, als das, was er weiß. Und damit kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir mit Menschen sind, die Zweifel haben, dann wollen sie, und der Simon hat es auch schon in seiner Einheit angedeutet, dann befinden sie sich manchmal in einer Situation wie der Hiob, der gerne hinter die Kulissen schauen möchte, was da passiert. Gib mir was Neues. Und dann können wir in so eine Situation kommen, wo wir denken, wir sind jetzt in der Situation, dass wir irgendwas Neues erzählen müssen. Irgendwie noch mehr Weisheit, noch mehr Erkenntnis. Und auf diese Weise werden wir dann den Bruder oder die Schwester überzeugen und aus ihrer Not rausholen. Aber wir sehen hier an diesem Prinzip, dass Jesus immer wieder und auch hier an dieser Stelle immer wieder zu dem bereits Bekannten zurückgegangen ist. Zu den Ursprüngen. Und er das Vertrauen wecken will in das, was bereits offenbart worden ist. Wir sehen, dass in Lukas 24, dass Jesus das in zwei Begebenheiten zweimal macht. In Vers 25 bis 27 heißt es, Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu trägern, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jesus hat an dieser Stelle keine neuen Dinge offenbart, sondern er ist wieder zurückgegangen zu dem, was die schon längst wussten. Und wollte ihr Herz entbrannt setzen für das, was wir hier in der Schrift lesen. Jesus hat dort eine nice Bibelstunde durchgeführt mit dem Spaziergang mit den Emmausjüngern. Und später sehen wir dann einige Verse weiter in Vers 45 bis 46, dass Jesus wieder das Gleiche tut. Dann öffnet er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Wir wollen oft gerne, wenn wir im Struggle sind, wollen wir irgendwie neue Dinge oder wir denken als Christ, Wir müssen jetzt irgendwie neue Tricks, neue Methoden herausfinden, wie wir jemanden überzeugen können. Die liebste Frage von Jesus war, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Kennt ihr Lehrer, die immer wieder das Gleiche sagen und du denkst, es kommt hier schon wieder raus? Jeder kennt vielleicht solche Sätze von seinen Lehrern. Jesus sagt zwar, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Immer wieder zurück zum Original, immer wieder zurück zur Schrift. Und hier sehen wir, dass Jesus etwas etabliert, was später in der Reformation groß geworden ist. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Die heilige Schrift besitzt Kraft. Vertrau darauf. Versuch nicht aus deinem eigenen Kalkül Menschen zu überzeugen für geistliche Wahrheiten. Die geistliche Kraft finden wir in diesen zwei Buchdeckeln. Glaube an die Kraft von Gottes Wort. Und wenn jemand ins Zweifeln kommt und er das nicht für voll nimmt, verweis ihn immer wieder da drauf. Genauso als ich in Überlegungen kam und Schwierigkeiten immer wieder ins Wort. Und auf einmal kam mir eine Überzeugung, eine Bestätigung und eine Kraft. Kein Argument dieser Welt. Kein akademischer Exkurs dieser Welt ist in der Lage, die Kraft und Gewissheit einem zu geben, wie das Wort Gottes selbst. Und wie wir mit der Schrift umgehen, gerade in der Dekonstruktion von Geschwistern, die in Zweifel kommen, zeigt, ob wir 2. Timotheus 3, 16 bis 17 auch wirklich glauben. Alles Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet ist. Also, wisst ihr, das Ding ist, dass Menschen, die gerade in der Dekonstruktion sind, was brauchen die? Die brauchen Lehre, die brauchen Überführung, die brauchen Zurechtweisung und die brauchen Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das sind die Fragen, die sie packen und sie suchen Antworten. Was bieten wir ihnen? Ich habe überhaupt kein Problem mit intellektuellen Ausflügen und akademischen Exkursen. Ich bin selber ein Fan davon und konsumiere sowas gerne zum Schlafen gehen. Ich kann euch sehr empfehlen, Apologeten euch anzuhören, wie den Simon oder amerikanisch sprechende Apologeten, James White. Und jetzt hänge ich gerade. Frank Turek und einer ist mir noch wichtig. Jetzt wäre der Name entfallen. William Lane Craig. Genau. Auch ein wunderbarer Apologet. Menschen, die unglaublich intellektuell daherkommen, die stecken mich in alle Taschen, die sie haben. Und das ist auch förderlich. Aber glauben wir, dass die Schrift Kraft hat, Zweifler zurückzuholen? Jesus glaubte das. Denn in Jeremia 23, Vers 29 heißt es, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Und das ist die fünfte Lektion, die wir lernen. Gesunde Rekonstruktion führt zurück zur Schrift. Gesunde Rekonstruktion führt zurück zur Schrift. In den letzten Minuten möchte ich gerne noch eine weitere Lektion bringen und die lernen wir. Matthäus 11, Vers 6. Als Jesus sagt, verkündet, was ihr hört und seht und an die Werke des Christus aufzählt, sagt er abschließend in seiner Sprachnachricht an Johannes, Unglückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was für ein Wort. Was für ein Abschluss. Das sind die letzten Worte, die Johannes hört aus dem Munde Jesu. Glückselig. Wer, du kannst auch übersetzen, wer an mir nicht irre wird. Viele von uns denken in tiefen Krisen, ich kann erst dann wieder Ruhe, Glück und Zufriedenheit finden und erleben, wenn alle meine Fragen endlich beantwortet sind. Wenn alles hinreichend geklärt wurde, aber Jesus teilt diese Sichtweise nicht. Das bedeutet nicht, dass Jesus keine Antwort hätte. Und das ist ja das Spannende, dass Jesus Antworten hat. Aber längst nicht alles, was er hat, auch teilt. Wo wir denken, wenn ich du wäre und das hätte, dann würde ich es geben, weil es das Problem lösen würde. Aber Jesus hat eine andere Überzeugung. Mehr Wissen ist nicht das, was du brauchst, um wieder glücklich zu werden. Glücklich ist der, der an meiner Person nicht zugrunde geht. Wer sich an mir nicht ärgert, wer nicht irre wird an mir. Nur diese Personen sind in der Lage, Ruhe und Glück zu finden. Das ist so, als wenn Jesus durch dieses Wort ihm kommunizieren möchte. Johannes, du wirst erst dann wieder Ruhe und Glück finden, wenn du in deiner Gefängniszelle wieder anfängst, mir zu vertrauen. Wenn du anfängst, deinen Blick wieder auf mich zu richten. Wenn du mich als Messias anerkennst. Das ist der Punkt, wo du wieder in Zufriedenheit und Glück kommst. Und passt auf, es ist ganz interessant, dass Vers 7 dann so weitergeht. Wir haben keine Zeit, da noch weiter reinzugehen. Aber es heißt, als die aber hingingen, die Jünger des Johannes, sie verlassen die Szene, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Die Jünger sind gerade weg mit der Botschaft, sollen ihm sagen, ärgere dich nicht an Jesus, nimm keinen Anstoß an Jesus, wird nicht irre an Jesus. Sie sind gerade weg und Jesus erzählt den ganzen Rest über Johannes. Und er bringt dann dort Punkte wie, Johannes ist mehr als ein Prophet. Es gibt keinen Größeren als Johannes. Und Johannes spielt in derselben Liga wie euer Lieblingsprophet Elia. Das ist das, was Jesus der Volksmenge weitergibt über Johannes. Ich bin ja auch Seelsorger, würde Jesus sagen, das war eine ganz, ganz miese Nummer. Jesus, das wären Informationen gewesen, die ein Johannes vielleicht gebraucht hätte. Die Ermutigung, dieser Aufbau, diese Stärkung und diese Tröstung, die ruft doch nochmal die Jünger zurück, dass sie das auch noch weitergeben können. Nein, er entlässt sie, er lässt sie gehen und erzählt dann den anderen über den Wert von Johannes. Johannes, warum tut Jesus das? Johannes wird nämlich in sich und in seinem Potenzial, was wir so oft auf unseren Bühnen besingen und bejubeln, keine Hoffnung finden. Er soll nicht auf sich selber zurückgeworfen sein und selber in sich Mut finden, was er für eine große Nummer ist. Das ist nämlich nicht das, was ihm Glückseligkeit geben wird, wie groß er ist. Und diesen Fehler machen wir manchmal, dass wenn wir Menschen, die im Zweifel unterwegs sind, dass wir versuchen, ihr Ego zu pushen. Dass wir ihnen die ganze Zeit ums Maul schmieren, wie wertvoll und wie toll und wunderbar sie sind. Und das hat alles einen Platz in der Seelsorge, versteht mich nicht falsch. Aber wir sehen hier sehr dramatisch in diesen Versen aufgezeigt, was wirklich Zufriedenheit in der maximalen Not geben kann, in Todesgefahr selbst, ist nicht, wie wunderbar ich bin, sondern dass Jesus wirklich meine einzige Hoffnung ist. Dass Jesus, er allein mich retten kann. Dass Jesus alleine meine Hilfe ist. Und es hat einmal der Kirchenvater Augustinus gesagt, diesen wunderbaren Satz, den er aufgeschrieben hat, Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist das, was Jesus macht. Er lässt Johannes mit dem, was er weist. Vertrau auf die Schrift und schau alleine auf Jesus, den Christus. Und Jesus vertraut darauf, dass das die Wende bringt und dass das die eigentliche Kraft bringen wird. Und so kann, jetzt komme ich zum Schluss, so hat auch Paulus in 1. Korinther 1, Vers 24 davon gesprochen, dass Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Nehmen allen Methoden, Strategien und seelsorgerlichen Dingen, die wir lernen und auch zu Recht auch platzieren, im Seelsorgegespräch ist das, worauf uns dieser Text werfen möchte, wenn wir es mit zersetzenden Zweifeln zu tun haben. Zu guter Letzt, Christus alleine ist unsere Hoffnung. Und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die da am Struggeln sind, sollen sie von uns sehen, sollen sie an uns erleben, dass unser ganzes Leben auf Christus gegründet ist. Und sie sollen auch wissen, dass wir Hoffnung für ihre Situation nur in Christus sehen. Sie sollen nicht auf den Trichter kommen, dass noch andere Dinge sie halten können in ihrer Not, sondern sie sollen davon beseelt sein, diese Person ist durchdrungen von dem Vertrauen, dass in Christus Kraft zu finden ist. Amen. Vater im Himmel, wir beten zu dir. Und nach diesen Worten können wir nur uns zu dir ausstrecken und sagen, Ohne dich, Herr, ohne dich haben wir keine Hoffnung. Was für Worte, Jesus, sagst du diesem Johannes? Jesus, verzeih uns, wenn wir versucht haben, in anderen Dingen Hoffnung zu finden. Aber du sagst diese letzten Worte, die Johannes hören sollte. Bevor es einige Kapitel später in seinen sicheren Tod geht, werb nicht irre an mir. Halte fest an Jesus, der der Retter der Welt ist. Danke, Jesus, dass du dich so ins Zentrum rückst. Und ich bitte dich, mach dich groß in uns, Herr. Dass wir dich wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Energie, Herr, lieben. Und wenn wir mit Zweiflern zu tun haben oder selber in Zweifel kommen, dass wir die Kraft Gottes erleben in unseren Zweifeln, wenn wir uns ganz neu wieder auf dich, Jesus, werfen, der du unsere Hoffnung bist und du allein. Amen.